Meister SG Flensburg-Hande wird rückt in der Handball-Bundesliga wieder zu Spitzenreiter SC Magdeburg auf. Das Team von Trainer Mike Machula gewann knapp mit 27 zu 26, 15.14 Uhr beim HC Erlangen und zog in der Tabelle mit den Magdeburgern gleich. Rekordmeister THW Kiel gewann mit Mühe gegen den SC DHFK Leipzig mit 25 zu 24, 15.12 Uhr DAT ENC ENTER, die Tabelle. Die Flensburger behielten auch in Erlangen ihre weiße Weste und stehen mit 8 Siegen aus 8 Ligaspielen.gleich hinter Magdeburg. Der SCM hat bereits neun Saisonspiele absolviert und am siebten Spieltag eine Niederlage gegen die Füchse Berlin kassiert. Bester Werfer der Flensburger war Hampus Wanne mit sechs Treffern. Flensburg-Coach zufrieden, wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut in der Defensive gespielt und waren im Angriff zu pomadig, nach der Pause war es umgekehrt, sagte Machula bei Sky. Dennoch war der Trainer mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben zwei Punkte auswärts geholt und damit bin ich sehr sehr glücklich, das ist nicht selbstverständlich, sagte Machula. Kiel müht sich zum Sieg-Rekordmeister Kiel mühte sich unterdessen in Leipzig zum sechsten Saisonsieg. Das Team von Trainer Alfred Gislason gewann dank des Last-Minute-Treffers von Domagott Stufenjagd, der mit dem letzten Wurf erfolgreich war. Berlin gewann das Nachholspiel gegen die Eulen Ludwigshafen mit 30 zu 26, 14.14 Uhr. Bester Werfer bei den Füchsen war Matthias Zachrissen mit sieben Toren. Die Sonntagsspiele im Stenogramm. MT Melsungen, Fahrgöppingen 25 zu 22, 13 Uhr 11 Tore, Kühn 8, Reichmann, 5 Drittel, Marik 4, Dana 2, Kunkel 2, Allendorf 2, Pavlovich 1, Müller 1, Für Melsungen, Prenschler 7, Eintel, Sliskovic 3, Schiller 3, Halbe, Heimann 2, Kuzina 2, Ritterbach 1, Bargastet 1, Darmgart, Espassen 1, Goller 1, Kneule 1, Für Göppingen Zuschauer 3, 5, 7, 6 HC Erlangen, SG Flensburg, Handewitt 26 zu 27, 14 Uhr 15 Tore, Steinert 8 Drittel, Link 6, Büdel 5, Büssel 3, Wurawski 1, Selin 1, Schäfer 1, Mappes 1, Für Erlangen, Wanne 6 Drittel, Gottfriedsen 4, Laugeschmidt 4, Svan 4, Glandorf 3, Zachariasen 2, Halldienzen 2, Goller 1, Jöndl 1, Für Flensburg Zuschauer 4, 2, 8, 7 TBV Lemgo Lippe, TSV GWD Mindeten 3, um 20 Uhr 25, 11 Uhr 11 Tore, Hornke 8, Halbe, Hübscher 3, Eintel, Karlsburgert 3, Van Olfen 2, Kugut 2, Zika 2, Bartok 1, Teuerkauf 1, Guardiola 1, Für Lemgo, Michalczyk 5, Rambo 4, Doda 4, Cisei 3, Eintel, Galle Wut 3, Sederholm 3, Gullixen 1, Pista 1, Pusike 1, Für Minden Zuschauer 3, 732 Die Eulen Ludwigshafen, Füchse Berlin 26 zu 30, 14 Uhr 14, Tore, Dippe 5, Müller 5, Bührer 4, Eintel, Feld 3, Scholz 2, Hoffmann 2, Durat 2, Halbe, Stüber 1, Dietrich 1, Falk 1, Für Ludwigshafen, Zachriesen 7, Wiede 7, Schimack 6, Viertel, Koch 4, Lindbergh 2, Holm 2, Struck 1, Schmidt 1, Für Berlin Zuschauer, 1903 HfK Leipzig, THW Kiel 24 Uhr 5 und 20, 12 Uhr 15, Tore, Semper 9, Weber 5, Pizkowski 2, Milosevic 2, Santos 2, Eintel, Geballer 1, Binder 1, Lassen 1, Wiesmach 1, Für Leipzig, Eifberg 9, Drittel, Bilek 6, Weinhold 3, Landen Gekobsen 2, Rheinkind 2, Dufniak 2, Pekela 1, Für Kiel Zuschauer, 5098 Musik Musik Musik